willkommen zu einer neuen ausgabe der survival schule nahrung ist im survival bereich ein punkt der unterschätzt wird aber auch einer auf denen wir uns vorbereiten können nahrung hat jetzt nicht den stellenwert von einer unterkunft oder einem feuer oder ein notsignal aufzustellen oder herzurichten nahrung ist er weiter hinten angereiht der menschliche körper kann bis zu drei wochen ohne nahrung leben aber nur drei tage ohne wasser drei stunden ohne unterkunft in extremen bedingungen drei minuten ohne luft aber dennoch drei wochen ohne nahrung nahrung im survival bereich wird oftmals unterschätzt es werden nicht auf große tiere jagd gemacht wie auf hirsche rehe wildschweine oder dergleichen nahrung im survival bereich betrifft eher kleine säugetiere insekten so etwas in der richtung oder auch in unserem fall was ich heute besprechen möchte fische ich habe hier ein kleines not fish set zusammengestellt emergency fishing kit einfach mit einfachsten mitteln zusammengebaut kostenpunkt um die zwei bis fünf euro für das komplette set und das ist genau das was wir uns heute anschauen möchten wir werden jetzt über den genauen aufbau dieses fish sets oder das fishing set sprechen und sehen was es beinhaltet am anfang das ganze ist dass einem pvc rohr aus dem baumarkt kostenpunkt 1 euro 1 euro 50 das ganze teil war jedoch wesentlich länger also habe ich es zurecht geschnitten unten eine verschlusskappe für eine muffe die ebenfalls integriert ist die wurde eingeklebt so dass der boden hier fest ist und nicht mehr aufgeht am oberen ende wurde ein korken zurecht geschnitzt der genau auf die öffnung des pvc rohres passt außen herum wurde eine schnur gewickelt in dem fall eine etwas stärkere schnur mit 0,35 mm und einer tragkraft von 8 kg was im fischbereich im angelbereich auch gerne für hechte oder größere karpfen genommen wird da man im survival bereich nicht weiß was für ein tier anbeißen wird aber schauen wir uns nun das ganze an die schnur habe ich mit duck tape gesichert so dass sie sich nicht wieder von selbst abwickeln kann im innenleben des fishing kits man sieht hier schön wie der korken zurecht geschnitzt wurde im innenleben befindet sich als erstes ein kleines säckchen mit haken und zwar haken der größe nummer 2 6 und 10 da wir verschieden große fische beangeln und eine kleine auswahl benötigen des weiteren wurde das restliche fishing zubehör angel zubehör in handelsübliche filmdosen die man meistens in einem fotoladen für umsonst bekommt gefüllt und beschriftet dass man nicht alles herausnehmen muss und gleich das notwendige zur hand hat in diesem container werden zum beispiel karabiner kugellager blei und ein paar pufferbälle und im zweiten filmdosenkanister sind gummiköder drinnen zwister und einzelne hacken hier ist wichtig bei den einzelnen hacken hack mit einem öhr zu nehmen da man diese selbst binden kann plättchenhaken sind schwieriger zu binden und im servile bereich eher ungeeignet hier sieht man schön die einzelnen haken die sich in der dose befinden eine kleine auswahl besser ist es immer mehr haken zu haben als man benötigt sie reißen gerne ab oder bleiben wo hängen oder der fisch verschluckt sie oder man bekommt sie nicht mehr raus aus dem fisch und 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 hacken ist immer besser mehr zu haben hier hier ebenfalls von kleinen haken auch drillingshaken bis hin zu etwas größeren haken ist da alles dabei dann befindet sich wie schon angesprochen diverse gummiköder und twister mit den dazugehörigen chick heads bleiköpfe mit integrierten haken auf dem der twister aufgezogen wird in der zweiten dose befindet sich das ganze zubehör bleikugeln karabiner und zwei korkscheiben die als schwimmer dienen verschiedene blei von bleischrot bis hin zum birnenblei sind vorhanden ebenso wie karabiner woran man die haupt schnur und das vorfach etc. befestigen kann mit den bereits gebundenen hacken lässt sich hier ein schönes set zusammenstellen die schnur auf dem pvc rohr kann man während dem fischen darauf belassen man hat hier seine montage angehängt mit der man arbeiten möchte und man kann diese durch auswerfen der schnur aufgrund des bleis das vorne als gewicht dran ist spult es sich schön über das pvc rohr ab darum wurden auch die kanten hier oben nach dem abschneiden schön abgerundet ja ich hoffe es hat euch wieder gefallen in kleinen weiteren hilfestellung zum survival bereich in dem fall das node angel set es ist klein leicht hat ca. ein gewicht von 150 bis 200 gramm das komplette set ja ich freue mich auf eure kommentare und eure bewertung danke fürs zusehen bis zum nächsten mal bei uns dann mal Untertitelung des ZDF, 2020